Guten Morgen, ihr Lieben. Heute wird es zum allerletzten Mal die Donnerstagsangebote geben. Also heute um 20 Uhr das allerletzte Mal. Es war ja nur eine bestimmte kurze Zeit. Das hat es ja so noch nie gegeben. Die Donnerstagsangebote wird es jetzt geben. Und ja, heute Abend könnt ihr nochmal zuschlagen. Wenn ihr einen Shopping-Link braucht, gebt ihr mir sehr gerne Bescheid. Ja, richtig toll geht es mir immer noch nicht. Genau, aber ich wollte euch die Neuigkeit natürlich nicht vorenthalten. Also bis zu 50% Rabatt. Also mega Schnäppchen, was ihr da machen könnt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die hauen noch richtig einen raus, dass es ein richtig tolles Angebot zum Abschluss jetzt noch gibt. Und ja, seid heute auf alle Fälle um 5.08 Uhr in den Startlöchern und mit Warteschleife wird es geben. Und dann geht es los. Dann wünsche ich euch toll, toll, toll viel Glück. Vielleicht sendet ihr noch ein schönes Schnäppchen und Weihnachtsgeschenk. Schönen Tag.